Hey Ciao zusammen, das ist der Thomas. Wir sind im Wald. Einmal mehr und sind das Umfeld am Geniessen mit der Familie. Sonntag. Ein kleiner Ausflug. Und das Coole ist, wir finden hier allerlei Sachen im Wald. Momentan ein Kind etwas entdeckt, das sind Learen, die von den Bäumen, schau mal wie weit das hochgeht, von den Bäumen herunterkommen und wo sie daran schwingen können. Sie sind inspiriert durch Tarzan und Jane. Sie haben hier gerade eine Serie geschaut und das ist, was dabei herauskommt. Fixie ist dort hinten dran. Ich weiss nicht, wer das sieht. Ganz dort hinten. Hey, und was bist du machen? What are you doing? Swinging. Swinging. Und was wolltest du sagen? What did you want to say? There are lots of vines here. Sie hat viele Ahnen da. Da im Wald in Plainsboro. Sie muss nicht in den Dschungel gehen, sondern wir finden das hier gerade bei uns im Backyard. Schönes Wochenende zusammen. Ciao.